Die Dornmethode ist eine sanfte, manuelle Selbsthilfe- und Anwendungsmethode, die bei Rücken- und Gelenkbeschwerden wunderbar und hilfreich ist. Was lerne ich bei diesem Seminar? Zunächst einmal muss man sich vorstellen, wenn wir uns den Menschen als Haus betrachten, dann ist es immer sinnvoll, dass das Fundament gerade ist. Ist unser Körper nicht gerade, können bis oben hin auch Risse entstehen. Wir lernen in dem Seminar, uns von Grund auf einzustellen. Wir fangen an mit den Beinlängen, wir haben die Hüftgelenke, die Knie, die Sprunggelenke, die Wirbelsäule, aber auch nicht zuletzt werden Halswirbelsäule und kleinere Gelenke eingerichtet. In der Schulung zeige ich erstmal den theoretischen Teil. Wir werden dort auch etwas über die Anatomie und Zusammenhänge erfahren. Wir haben einen praktischen Teil, in dem wir dann untereinander arbeiten. Zunächst wird es einmal vorgezeigt und dann werde ich kontrollieren, ob ihr das auch alles richtig macht. Im Grundkurs stelle ich auch die Breuß-Massage vor. Wir erarbeiten uns das aneinander. Es ist eine energetische Rückenmassage, die die Bandscheiben wieder schön auffüllen soll. Wir erarbeiten uns verschiedene Schritte. Wir haben mit Sicherheit danach ein wunderbar beflügeltes Gefühl und gehen ganz entspannt aus diesem Workshop und aus dem Kurs. Dieser Kurs richtet sich an Ärzte und Heilpraktiker, an alle im medizinischen Bereich tätigen Personen, aber auch gerne an interessierte Personen, die in der eigenen Familie oder bei sich selbst Hilfe zur Selbsthilfe anwenden möchten. Ich bin seit 2012 niedergelassene Heilpraktikerin in Bottrop und arbeite ganz fleißig mit dieser Methode und hoffe und denke auch, dass ich da schöne Hilfe leisten kann. Ich habe mich über die Dornbewegung und Basilke Dorn zertifizieren lassen als Ausbilderin der Dornmethode. Und ich hoffe, dass ich mit dieser wunderbaren Methode ganz, ganz viele zahlreiche Menschen noch gewinnen kann, die dann damit als Anwender oder als Behandler arbeiten können.